Die Schöne trifft das Biest! Es ist alles startbereit! Sie werden schon bald die Garderobe einer Königin besitzen. Fokus auf den Abgrund, fahrt hinein ganz langsam, prüfe die Belichtungszeit. Ausschnitt eines Schattens, noch ein Bild im Kasten, vor Einbruch der Dunkelheit. Heute dieses Bild, das geht nach Verlaufen, die Zeit läuft uns schon davon. So viel Lausgel, die sich lieber in der Sonne, alle die Zeit läuft uns schon davon. Das geht nach Verlaufen. Einbruch der Dunkelheit. Einbruch der Dunkelheit. Die Zeit läuft uns schon davon, wenn es ein Duweser ist, die Zeit läuft uns schon davon. Vielen Dank.